Das ist Griffin, der Titel im Schwergewicht, der soll es für diese beiden sagen. Los geht's! Keiner Treffer in den Bank. Oh ja, die rechte Karte jetzt, aber kein Treffer. Stark! Und jetzt ist der Kampf vorbei. Er hat seinen Gegner in diesem Kampf einfach überrumpelt. Er wurde überhaupt wusste, wie ihm geschah, lag er schon am Boden und wurde ausgezählt. Sehen wir uns mal unsere Wiederholung des Kampfes an. Hier haben wir jetzt den Sieger dieses Titelkampfes im Schwergewicht. Schöner K.O.-Sieg, den er da errungen hat.